Aber das Bild sagt mir ja tatsächlich auch was in so ein paar, ja. Das ist dein Haus, Kenny, deswegen vielleicht. Vor allem, dass ihr wisst, wie die Waffe ist. Ich hab nicht einmal gewusst, welche ich trage. Und der Tag dann irgendwie so, ja, die UC-751. Die hat der Dave vorher gekriegt. Ich trage nur auf. Ja, das ist der Sniper. Und du hast vorher die Sniper, genau die Sniper trage. Das sind die letzten drei Runden, ne? Alles klar. Ja, ich würde den nicht länger machen. Oh Mann, ey. Bleib doch einfach still sitzen mit deinem scheiß Stuhl. Ja, oder? Stehen! Ja, das wäre schön. Warum kann ich mitliegen? Warum kann ich das nicht trocken? Na? 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 Das hört sich nicht an wie Vogelgezwitscher. Die ist super, die mir... Ach, jetzt erkennst du sie auch. So, guten Morgen. Okay, ich bin Spectator. Bis gleich. Okay, ich bin Spectator. Bis gleich. Da liegt der Crowbar. Bis du Pekei da. Da-da-da-da-da dada-da-da-da-da-da-da-da-da. Au. Es brennt in der Nähe. Ist irgendwie in der Nähe. Oh mein Gott. Hast du gerade die Nade auf mich geworfen, Jenny? Oh Gott, ich muss mich... Ja? Aber warum willst du mich umbringen? Ich habe einfach nur auf das Fass geschossen. Ich wusste nicht, dass du da stehst. Ich bring mich nicht um. Nee, nee, ich bring dich nicht um. Du mich bitte auch nicht. Ich geh wieder runter. Okay. Ähm. Okay. Kannst du wieder fliegen? Hier kann man wieder fliegen. Yay. Warte, warte, warte. Ich habe es zu mir gemeint. Ich habe Country Music gefunden. Wo seid ihr alle? Ich kenne die Map nicht. Die Map ist riesig. Die Map ist nicht riesig. Ja, da oben steht wer. Ja, das brauche ich. Und unten steht auch wer. Ja, das ist Jenny. Schau, schau, schau. G, G, komm mit. Ja. Komm mit, komm mit. Ich bring dich jetzt in meine dunkle Hütte am Ende des Waldes. Aber, aber du hättest nicht auf Country Music. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ja, würde ich auch. Das ist absolut vertrauenswürdig. Ja, ich vertraue Speiler. Ich vertraue dir immer meine Leichen. Okay. Klick da an einem anstrengenden Hobby. Ja, da ist ja ein Radio. Heißt du nicht die Musik? Nein. Jetzt. Ähm, hallo? Speiler und ich machen Party. Es ist Hardcore Party bei uns. Ja. Mit, 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 warte mal. Wo ist es mit Magnet? Mit dem Gnome. Yes. Party mit dem Gnome. Gute Nacht, Dönki. Dönki, nachti. Schlaf gut. Oh na. Wenn ihr übrigens Ausrufezeichen TTT angibt, dann kommt ihr auch zu Kidma. Und wenn ihr da schon seid, dann könnt ihr bei ihm auch ein Follow da lassen. Kidma? Kidma? Oh. Kidma? Dave? Achso, der ist inspektiert. Ja, da kannst du Jenny sein. Jo. Gut. Geh mal auf die Suche. Yes. Nein, Jenny ist es nicht. Oh, wow. Oh, Kidma. Dann machen wir wieder bei der Party. Und dann machen wir sie. Warte mal, Jenny? Jenny? Warte, das ist Kidma. Ich geh mal auf Kidma Suche. Gut. Nee, Kidma ist... Oh, wow. Okay. Doch Party machen. Party machen. Ich will Party mit meinem Achtkoffer machen. Ich hab meinen Achtkoffer. Woo. Party. Ich bin übrigens voll enttäuscht von dir. Warum? Ich hab extra für dich den Biohazard Ball mit reingepackt und hast du ihn noch nicht einmal verwendet. Weil... Wie immer... Der Bande hat den Laufelung. Eure Musik ist scheiße. Ich geh wieder weg. Die Idee ist voll cool. Wo bist du? Woher hab die grad nicht damit gesehen? Warum? Au, 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 au. What the fuck? Warum? Warum? Ach so, Feuer. Kidma. Du bist schon zum zweiten Mal, Jenny, die zählt, dass sie mich brennt. Hä? Der fuck? Ich hab... Ich hab nie... Ich hatte keine Granate. Ich stand gerade oben. Dann hat irgendjemand da gerade eine Brandgranate hingeschmissen und genau auf mich. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Kidma. Ah, Kidma. Es ist doch. Ja. Es ist doch. Aber ich wollte nur tanzen. Mach mal nicht, Spider. Okay. Mach mal nicht. Warte mal, ich kann... Wir haben getanzt. Ja, eben. Eben. Wir haben getanzt. Das ist... Na, warte. Na, Chi, na. Na, das geht so nicht. Na, das ist gemein. Chi? Jetzt hab ich keine Munition mehr. Das ist aber ungünstig. Das ist aber super optimal. Warte, ja, genau. Sei auf zu rennen. Ja, boah. Ja, boah. Hinterstelle ich im Kreis. Oh, da ist jemand auf dem Klo gestorben. Es war aber harte Durchfall. Das tut mir sehr leid. Aber ich, das war nicht meine Brandgranate. Als du gesagt hast, ist eine Brandgranate mit der Brandgranate. Da ist das bestimmt schon eine Minute her gewesen, als ich die geworfen habe. Nee. Ich bin da hingelaufen und auf einmal habe ich schaden. Da ist ja auch schon nur Brand. Na, ich hab's noch sieben Leben. Ihr habt jetzt nicht töten können, wir haben getanzt. Okay. Es ist nicht komme. Ja, und du verstehst auch nicht, dass ich dich töten musste. Ja, siehst du, ich versteh's. Ach, Chi, ich versteh's. Ich glaube, der will schmutzige Dinge mit dir machen. Ich will wieder in meine Hütte, ich will wieder tanzen. Dave? Weißt du? Danny, hi. Dave? Achso, ich bin schon wieder. Achso. Ja, es ist... Es ist... Ich bin in meiner Hütte. Dave! Warte mal, warte mal, warte mal, ich bin noch nicht drinnen. Ich bitte nicht töten, ich bin noch nicht drinnen. Ich muss... Ich hab noch einmal einstellen. Ich hab dir eventuell gerade sehr viel Damage gemacht. Ich hab drei Leben. Ist das dein Ernst? Weiter, for real. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Guck mal her. Guck mal her. Warum gehst du auf mich? Ja. Nee, ich brauch eine Waffe. Ich such dir Waffe. Komm her, Kip, mach. Huch. Ich hab die Verbindung zu meinem Chat und Öl verloren. Ich mach dir mit, das ist gleich für schon. Mein Chat ist weg. Ich mach dir... Ich mach dir... Release dann, Korti. Danke. Nightbot, ihr wollt viele Künstler und mich dabei unterstützen. Ich auch, ich auch drei. Ja, okay, jetzt sind wir quitt. Das hab ich noch gelesen, ich bin wieder drin in meinem Chat. Okay. Nightbot, komm in den offiziellen Discord-Channel und verpasse keinen Stream mehr. Ich bin wieder drin in meinem Chat. Ja, ich hab mir noch gedacht, was der vielleicht ist da, während das rauskommt und die Witze erhöht ist, hat er das vorlesen. Okay, dann da. Aber danke, es ist voll lieb von dir, Spider. Ey, die Leute, auf die Lade. Warte mal kurz. Ich skid mal wieder am True. Nee. Warum ist es gerade ein bisschen explodiert? Oh, ist so verlockend. Ist so verlockend mit dem Fass, aber immer gibt's was. Warum hattest du gerade eine AWP? Wer? Dave. Wer ist das? Ich bin's. Chima. Dave kriegt gerade eine Explosion raus. Ah! Chimas! Ja, ich fand's lustig, tut mir leid. Ich bin's aber nicht. Ich fand's einfach nur lustig. Ja, ich fand's einfach nur lustig. Ich fand's wirklich einfach nur lustig, ich bin's nicht. Ähm, wer schießt man gerade auf? Einen Schienen. Also zumindest hat sie den. Na, da bin ich nicht dabei. Er hat ein Explosionsfass getragen und Explosionsfach... Ach so. Alter. Ach, ja. Ein Explosionsfass tragen heißt, dass man denjenigen erschießen darf. Ach so. Ich wusste noch nicht, wann gibt's denn die Regeln. Seit 20 Sekunden. Ach so, ja, okay. Und wer versucht da wieder zu fliegen? Spider. Ja. Okay. Please don't take me. Nee, nee, alles gut, ich bin's ja nicht. Warte mal, stell dich mal drauf. Ja. Du musst zu hinterher, sie ist auch noch nicht mehr. Oh. Oh, ich hab grad so viel Schaden dafür genommen. Oh. Das ist wundervoll. Kipp mal. Ja, ich will auch. Nur mehr Schaden. Ja, der ist auch gar nicht tot sein können, aber ich wollte einfach nur noch mal nach dir fragen, weil ich lieb bin. Nein, nein. Du lässt doch klar ein bisschen draus liegen, dass du nicht mehr kommst. Gerne. Oh. Na, 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 na ein bisschen raus. Mach dir da? Fliegen. Komm unten rein, du, du Sau. Na, na. Na, ups. von unten rein? Der komische Stein. Welch ist das? Jetzt kommst du mit dem Stein, bitte. Mann, ist irgendwie... Geht mal, wo bist du denn? Geht mal. Ja, ich seh mich noch. Ja, wo bist du denn? Ach so. Ui. How the fuck? Jetzt, jetzt, jetzt! Ja! Sie fliegt! Au! Was zur Hölle macht ihr eigentlich? Ist sie jetzt tot? Nein, sie ist nicht ganz das. Oh, der ist weit geflogen, der ist gerade gut geholfen. Wo steht denn das scheiß Haus? Oh. Okay, ich find das... Oh, au! Das war Füchern, ich bin aufs 46 Leben. Ich auf 49, okay? Au. Au. Es ist Kinder. Oh. Ist aber ungünstig. Ah, wo ist er denn? Ach so, ihr seid tot, ne? Scheiße. Gut. Geht mal, wo bist du denn? Die? Ja. Ich hab den Biohazard Ball im Shop nicht gefunden. Ich hab ihn aber... Ist er sicher, der drin ist? Ja. Nein, nicht den Puberang! Oh. Ich hab ihn doch auf mich zufliegen sehen. Gemeint. Aber ich hab den Biohazard Ball nicht im Shop gefunden. Ich hab die ganze Zeit, wo ich nichts gesagt habe, geguckt. Ich bin, glaub ich, dreimal durchgegangen, aber ich hab ihn nicht gefunden. Ich hab ihn ganz sicher reingepackt. Sicher, sicher. Also, als wir vorhin, äh, bevor wir gespielt haben, war ich ja auch im Shredder Shop. Da war da nichts dran. Ah. Also, ich hab die Jeweil. Ich hab dreimal durchgeguckt und hab ihn nicht gefunden. Ich hab ihn nicht gefunden. Ich bin da rein. Okay. Biohazard Ball wieder wegmachen, dann guck ich noch mal. Dann tut's mir natürlich leid, Githmo. Ja, ich wollte extra für dich einmal nehmen, auch wenn das auffällig gewesen wäre, aber ich wollte die wenigstens einmal zu Liebe den Biohazard Ball nehmen. Ein, sorry. Ich geb der ACR, ja. Wenn irgendjemand jetzt Traitor ist und den Biohazard Ball findet, dann darf er mich gerne verwandeln. Verwandeln? Und ich würde auch eine Pisha Adachi gerne mal probieren. Pisha Adachi ist, äh, eigentlich nur mit Salami und, wie heißt das? Oh, eine Pizza wäre jetzt cool. Ähm, Zwiebeln. Oh, jetzt sind die Pizza mit Salami, Zwiebel und Knofi. Die sind in der Soße mit drin. Und, ähm. Wer immer Trader ist, der Weg von mir. Eroptenstein. Extra Käse? Ne, ich mag ja kein Käse. Ähm. Tumfisch. Ob du kein Käse magst, wie kannst du? Also, ich mag nicht, ich mag Gouda. Wow, wow, wow. Und Brie. Ich, ich, ich häng hier fest an der Zeit. Aber ich mag nicht zu viel Käse. Bei mir ist auf der Pizza auch immer nur ganz wenig drauf. Käserrand ist aber super bei Pizza. Boah, ne. Ich hab' ich einmal gegessen und beim Pizza hat. Ich hätt' kobsen können. Käserrand ist mega. Wenn der nicht immer 2 Euro Aufpreiskosten würde, würde ich den ohne Misten mitbestellen. Aber der ist einfach so entgeil. Der ist so entgeil. Ich hab' jetzt dann überbackene Mauttaschen zum Abendessen. Hallo Kitten. Warte, warte. Hör' nicht auf. Hör' nicht auf. Je mehr Käse, desto besser. Ne, es geht so gar nicht, wenn so auf dem Käse so dieses Fett drauf schwimmt. Das ist richtig widerlich. Hallo Dave. Hallo. Käse ist puratibel. Ich fleiche hier oben. Es ist Shakedime mit Aktenkoff und Stein. Jodelt, jodelt da wer? Was ist das hier? Jodel, 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 jodel. Ich hab'n Toaster. ach ich höre die musik jetzt du musst du musst du musst party utensilien mitnehmen was so entschuldigung in die luft gejagt ist mit jenny mit unserem leben wo ist mein stein verloren kannst du denn deinen stein verlieren haben wir sagen zum beispiel wie so eine knusprige geschichte ich mag den geschmack von parmesan nicht ich mag nicht mal mozarella der spektakten ja das mag ich auch nicht also mozarella ist super im auflauf wie butter gut da geht gut da ist super sie hat sich heute ist musik das muss ich euch einfach sagen einfach nur scheißig musik habt ihr da mehr als früchte auf der pizza auch nicht so gerne ansonsten so gerne ich hatte heute immerhin scambis scambis in liebe beziehungsweise schrimps ich bin tot darf ich auch zur party nein das ist mal umgebracht geht mal ich bin ich da so müde alter ich habe ja das hatte ich heute das ist das ging ja super jetzt bist du es jetzt oder ich bin es doch nicht meinst du optopushies ja weg ist mir wurscht na jetzt gehen wir weg die habe ich dort die habe ich in mechtern zu party aber wenn du kannst du ja dass wir diesen kackbommerer wurde schon denkst wenn er groß wäre könntest du den für den hinter engagieren los wie zur party ok also wie heißen die denn tippen fisch meine güte muschel mag ich auch nicht aber tippen fische das sind schon lecker wenn man die richtig macht und takoyaki der ich seine waffe sieht aus ich bin ich guck ich gucke er geht vielleicht raus da ist kippen oh jetzt hattest du gerade die chance oh nein sind sie schon fertig oh schade wie viele leben jaja ach man ey es war so klar dass der thomas kommt ist was so klar ja was soll man denn noch anderes also das ist so schön so ne schöne aber äh doc ich hätte gedacht dass der traitor mit uns im raum ist dass einer von euch beiden es ist ne ich tatsächlich nicht ich hab tatsächlich gehofft dass dave noch früh genug zur party kommt aber irgendwie ja ich wollte nur noch nen fass holen tatsächlich oh man aber dann war es mir eine ehre wenn ich auf bin zu gehen